herzlichen willkommen leute zu einer runde apex legends ganz kurze info vorweg das ganze ist im livestream passiert und zwar mit kapuze und dadurch natürlich das momentan unter standard squad wenn wir live streamen und wir haben zwei richtig schöne runden eine gibt es auf dem haupt kanal eine kommt morgen auf dem zweitkanal denn es gibt noch was anderes und zwei kommt nächste woche ein paar runden zusammen mit peder und jeweils einem random wer den stream von den piz gesehen hat der weiß was da abging und die folgen müsst ihr sehen das waren vielleicht die besten apex runden die ich so je gespielt hatte hat super viel spaß gemacht es ist super viel shit passiert wir hatten richtig geile kämpfe freut euch auf jeden fall auf vier richtig gute runden apex legends nächste woche aber auch die runden mit dadurch nicht zu verachten vor allem die jetzt mit einem richtig geilen klatsch also das heißt nicht jetzt gewonnen oder verloren sondern ein klatsch in einem teamfight den ihr auf jeden fall sehen müsst und beim nächsten mal gibt es richtig schönes team player auf dem zweiten kanal und zwar morgen jetzt aber erstmal viel spaß bei der folge und wenn ihr wollt dass mehr apex legends kommt dann lasst einfach ein leichter das ganze ersetzt kein anderes projekt aber dieses projekt muss auf jeden fall fortgeführt werden es macht momentan so viel spaß und ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen support geben leichter lassen und jetzt die folge genießen links von uns landen auch ich gehe rechts rein in den tunnel ninja wurfstern etc ich habe eine nade und noch eine nade ich habe das gefühl dass wir einfach ausweichen also du bist nicht mitgekommen woanders ja es ist hinter mir sind die waffe hier warte ich kann eine piste legen mein och come on ich habe schon wieder die mörder legs das haben wir alle dann ja vielleicht kommt er rein ich komme nicht weg du kämpfst ja auch ich stand vor der tür ich komme nicht mal raus ich komme nicht raus er stand genau hier vor der tür vor welcher tür hier dieser ich stand da drin und er stand davor ich habe dich aber hier kämpfen sehen ja dann bin ich raus gekommen und habe dann versucht ihm eine zu geben und dann ich konnte nicht weg ich habe eine waffe auch nice ich habe eine waffe mit 15 schuss hier runter looten blaues magazin für heavy wie verwendet man leitern oder kann man einfach normal space rauf einfach ok ich dachte es gibt vielleicht einen knopf dass wir schnell ein ich habe echt eine waffe und eine brauchbare noch eine wüstung bei mir noch ein helm brawler ist da oben liegt auch eine brawler und eine autoshotty ja oben ja die efa gehör ok ich bin die brawler ohne vision und die efa blaue rüstung ja 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 bei mir er wurde sogar gespottet ja ich will mir schnell die rüstung komm noch weg ich komm noch weg ich komm noch weg ja wenn du weg kommst ist gut dann bin ich ja ich komm noch weg also er hat dich gerade gescannt ja ich bin ich bin noch weg kommen ja ich habe keinen schildding sie aufsatz ja ist besser als gar nicht du brattest die muni nicht oder dadurch weil du sie nochmal gedroppt hast ok ja ich sehe sie da drinnen da hinten da hinten da hinten ja der eine kriegt clean der eine ist clean richtig low er hat gescannt er ist unten ne er ist unten ne ja er ist unten ja er ist unten reingeworfen rechts von uns auch rechts von uns auch ich weiß noch nicht von wo pass auf von rechts ich glaube mit einer sniper oder sowas ja 52 lila rüstung close auch da vorne irgendwo glaube ich stehe ich stecke tischen und steigen ist bei euch muss noch einer sein da er kommt links ums haus rum ja ja bei mir links das ist meine das ist meine burn ding ach da kam er von mir von mir von mir ich sehe aber nichts mehr durchs gas alles gut ok ich hatte aber mal 260 schuss hier alter ist er nochmal zurückgegangen ja wie ist die r99 ich finde die super aber nur wenn du bestes die flatline oder naja die eine ist heavy die andere nicht komm da waren wir so spielen wer hat da ge hier hat doch grad jemand da vorne ist jemand oder nicht hat er nicht ein bloodhound gerade sein links gemacht ich habe mich gerade geheilt ich bin mir sicher ja der ist über uns ja ich höre da ja ich sehe ich da da drin da drin ok alles low ist er dahinter wegrennt ist tot ja ok down down nicht tot ja er ist aus der richtung gekommen close bei mir down 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 ok ja da hab ihn fast hat nicht mehr viel hat nicht mehr viel hat mich noch einer ne ey da ist was ich fucking down warte mal hast du ihn getötet oder was ok na klar man ich dachte er macht den finisher auf da noch sah so aus ne wenn Kapuze hilft nein quatsch sehr gut perfekt auch dass ich da bin dann muss ich mir nicht ein Phoenix ist aber eher close bis mid range hat einen topfeuer ich mag die R99 für Nahkampf extrem ich auch damit haben wir auch heute die hatte ich auch als wir heute die die gute Runde und so hatten also ist eine der stärkeren Waffen also jetzt habe ich die 301 aber ja die ist echt gut Munition nochmal heavy money wenn ich schlecht sehe ich gerade ne leichen wahrscheinlich ich habe mehr als genug ja sieht gut aus schönes ding leute ja ja ich war noch die peacekeeper aufsätze und auch hier so geschafft ding und so hier war meine hier ist heavy money ja ich habe warte ich wechsele ach wechsele ich ja ich wechsele die schotte gegen die wingman weil hier sind alle aufsätze dafür so ich habe einen airdrop wenn ja mach das scope finde ich richtig kacke das ist auch welches welches das ja ich habe es oben gepinkt sie ist ja das ist schöne jawoll das gute scope was was ist denn das achso ja 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 das geht auch auf die r99 ja ah das 3 das 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 ich sehe es gerade das finde ich schlecht das oben ich finde das gut ich habe das auch gerade kannst du im nahkampf kann ich es nicht nutzen los zur nächsten sonnenboys ich habe das auch gerade ich finde das eigentlich echt ok er ist im nahkampf zu nah dann bist du zu träge fuck das ich habe aber eh gedacht dass du das meinst ich brauche das normale einer scope im nahkampf geh mal hin Richtung zone ne ich kann das mit dem fliegen eh nicht obwohl der flug ich will auch gerade recht hat klappt so wo sind die gauners und die gegners aus wohnen wo du mal im kindergarten im batman gestohlen hast du ihn verklagt ne ich habe ich habe geweint sie 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 sind dann wiederbekommen ne da war ich mal weg der so ein erster batman ich war als kind so ein großer batman fan und dann hat er den batman gestohlen weißt du wer du wahrscheinlich sag mal ehrlich ne ich weiß es nicht ne ich weiß es nicht hast du geschlafen oder wie hat mir den geklaut ich weiß keine ahnung wie alt war ich da ich war 4 4 5 war ich ich keine ahnung das ist doch geistig ähnlich wie jetzt alter schnatz wo ist der gegner da will ich hin guck mal ob ich heute sehe wegen der heilung ach ich brauche keine heilung ich werde eh nicht getroffen haha ahhh nichts los hier in der hood nein nicht mehr sind drei Leute gestorben wir sind auch voll in der Mitte der leader ja hallo ich weit weg von uns der pulz ist super weit weg von uns der pulz ist super weit weg von uns haha mach hier hier gas hin vielleicht ich hätte so richtig bock auf den wahl von dem hier ey vom apex ja da hätt ich auch bock das ist ein mutterschiff wollen wir da mal gucken ein ich mein ich brauch hier unbedingt noch was looten aber schade dass das ding feste posies hat im moment dicker europäer bei uns lass lieber den nehmen ja 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 absolut richtig homonaro macht die weg ich versuche ich lege ein bisschen gas hin die richtung close ja habe ich gut gegeben jawoll wie ist gut ich nade in die einer down gescoped dadurch wenn du ne nacken waffe hast bin auf dem weg legendary ok hat keine rüstung mehr hat keine rüstung mehr alter der will mich unbedingt clinchen dabei ich hebe dich direkt auf ja danke ich würde seine rüstung hier mit er nehmen du musst ihn nicht auswechseln ich habe mir eine packpfeife gegeben danke schön guck gleich mal in dem airdrop du hast ja den peacekeeper kannst du draufpacken ich habe keine peacekeeper mehr hast du nicht mehr ne ich habe die wingman ich habe meine ich habe den peacekeeper aber ich habe das visier schon wenn du das meinst dadurch hat jetzt natürlich legendäre Dinge gesehen dann gucken wir mal ob einer von euch das noch nutzen kann bevor es da drinnen verkommt äh nade ein anderes team ja da ja ich sehe sie ich sehe sie ich heil mich gerade erst mal soll ich uns nen Ausweg machen mit nem wir sind doch noch im vorder oder nicht gilt gepoppt man hat gut kassiert der da auch ne zwei leute das sind zwei ja wir können abbauen ja ich mache jetzt kein portal ne oder ich mache ein portal und baite die und du machst davor Gas dann wir haben noch cooldown zu lange ok da come on jetzt ja links der genau westen 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 oben drauf hat epische Rüstung sind unterschiedliche oh ist die Wettung schon ja wir werden jetzt von zwei teams angegriffen wenn wir nicht abhauen ja dann lass weg lass weg rein in den Tunnel Jungs die rutsche runter rutschen wo ist mhhh DALU LAW DALU KADELP war doch gut wir haben den airdrop gekriegt wir hatten den legy rüstung von einem abgezogen ist doch ok war doch n sollen wir nicht hoch hier high ground wir machen jetzt noch mal hier ja dann oben lieber oder ja ok ok die haben wir auch schon gelootet das waren jetzt zwei teams ne haben wir mitbekommen dass eins gestorben ist oder sind das immer noch die letzten beiden ja es sind drei Squads also es werden immer noch also ja die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass es halt immer noch die sind sag ich damit äh Gegner vorn ins westen im Haus äh scheiße ping mal komm das sind die das ist der blaue ninja das ist der von vorn von der seite beschossen ja und noch ja marsch gas er ist extrem low ich zieh mich zurück ich auch wir müssen weg da äh Kapuze ja ja ist ok ich heil mich gerade ich auch selbst bei mir close ja ich hör sie der kommt die treppe hoch die wir hoch gegangen sind glaube ich ja ich seh ihn ganzes team zwei zwei leute zwei leute ich kann mir gucken gehen du bist alleine gerade bei mir drin bei mir drin ins es ist also daum ich bin immer nach unten hab ihn gefinisht ich habe den so gegangen wie mir die Hindernis hält alles ok und hier hoch wieder ja jetzt hat er mich scheiße den musst du machen kapuze nicht bewegen ich werde jetzt gleich einen gaskontainer versuchen zu werfen drei sekunden die schließen oft gegen das ding da vorne vielleicht aber ich muss es gehen okay 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 was macht ihr denn hier ist einer alter schwede der gaskontainer okay das war schon mal stabile okay das hat der heavy moon ich habe 40 schuss ich habe auch nicht viel aber die leiche hier vorne wir müssen in die nächste zone und die sind drin ich gehe noch nicht durch ich habe eine snipe ich bin durch ich bin bei bedammt hier ist jetzt auch die heavy money noch davon ist auch ein gaskontainer das könnten doch meine sein am airdrop ja wenn auf der map sehe ich einen da ich sehe den gegner down einer ist down push war es der bloodhound vor uns vor uns ja vor uns da ich seh'n down los 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 da wo man in der gasnet explodiert ist der letzte wahrscheinlich nicht ja einer down ist der letzte ist im gas ja ich habe mich immer getroffen da hinten ist er da hinten irgendwo ja 90er 90er klatsch der klatsch ja richtig war der gute wir sind die temperance mit dem peace zeichnen klar man peace out meine balls ich freue euch an yeah los kapuze headshots ja ja Untertitelung. BR 2018